Hallo und herzlich Willkommen zu den Adjektiven Teil 3. Lernen die wichtigsten Adjektive auf Deutsch. Nummer 3. Orte und Distanzen Niedrig, hoch Niedrig, hoch Das Haus ist niedrig und das ist hoch. Neu, alt Das Haus ist neu, das Haus ist alt. Breit und schmal Breit, schmal Eine Autobahn ist sehr breit und der Weg ist schmal. Antik, modern Antik, modern Diese Lampe ist antik, diese Lampe ist modern. Nah und weit oder weit weg Eckig, das Haus ist nah, das Haus ist weit weg. Eckig, rund Eckig, rund Das Vierheck ist eckig und der Kreis ist rund. Jetzt kommt der Test. Was ist das, 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 das und das. Drücke auf Stopp Niedrig, hoch Niedrig, hoch Niedrig, hoch Neu, alt Nah, weit Weit, weit weg Eckig, rund Breit Breit Schmal Antik Antik Modern Lernen Danke fürs Schauen und wie immer, ich freue mich, wenn du deinen Freunden von mir erzählst. Danke, viel Spaß beim Deutsch lernen. Tschüss! Danke, viel Spaß beim Deutsch lernen. Tschüss! Tja, bate Schmal